jo moin leute heute mal einleidendes angezockt das ganze liegt daran dass ich zum aion aufnehmen kam ich heute nicht dazu hatte ich heute auch alles hat nicht so eine lust darum habe ich schon mal einleidendes angezockt es geht heute los mit über ace of spades beziehungsweise über bild und shoot das ganze gibt es soweit ich weiß eben mal auf webs für ein paar euro zu kaufen es gibt aber auch eine kostenlose variante wir haben jetzt hier die kostenlose variante der link wird unten in der beschreibung drin stehen ja wir sind jetzt hier im capture the flag soweit ich weiß wir gehen jetzt einfach mal zur safir gruppe drücken wir die 1 tun eine waffe aus wählen wir nehmen die 2 und sind da das ganze seht ihr hier ist eine art minecraft klon ich kann hier um was bauen was nicht besonders viel sinn ergibt ich kann hier drüben die farbe auch wetzeln und ich habe auch granaden das ganze ist relativ kostenlos ich hoffe hier ist überhaupt was los so laufen wir hier lang die die ganzen tasten sind alle relativ einfach gelegt so wir gehen mal ein bisschen zeigen bis wir irgendwann abgeknallt werden wahrscheinlich das wasser ist natürlich auch sehr schön ach so ne hier ist es okay letztes mal war es bloß aufgemalt da ist es inzwischen bisher hat sich inzwischen ein bisschen verändert so als das meiste zeit hier baut man eigentlich eher selten man baut hier eher selten bloß wenn man irgendwo rein fliegt was ne magge hat macht man öfters bei minecraft macht wenn man irgendwo hoch will einfach hoch springen und unter sich versetzen das ist hier irgendwie nicht so einfach ja grafik ist jetzt auch nicht schön man hat oben eine kleine karte das ist nicht schlecht ansonsten wir hören uns ja auch schon was rum schnallen ich will schon nicht wo das alles ist okay da war da müssen wir hin ja ich bin jetzt nicht so ganz so gut ich nehme normalerweise eine schießspiele auf ja schießspiele haha also er läuft hier dann laufen wir den einfach mal hinterher ich kann ja auch bisher rennen und man hat kein hunder ich bin hier rein sind wir erst mal relativ sicher laufen wir hier hin weil so können wir sie vielleicht nur überraschen wenn wir von der seite kommen wir haben ja auch kaum rückendeckung also hier irgendwo klingt hier als wäre hier was oder ist hier jemand hier hinter so man kann auch blöcke kaputt schießen oder würde ich euch dann gerne lieber im kampf zeigen so jetzt hier mal hier mal hier mal lang dieser den link findet ihr drin ich wollte euch gleich noch ein bisschen andere modus zeigen vielleicht mache ich auch meine anderen aufnahme weil ich muss nicht ich werde schon ab und zu mal raushauen wir müssen hier über die brutto ok wir rennen wir hier rüber und tun uns hier ein bisschen verstecken ja 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 da laufen wir hier lang so ne wieder dazu ein und haben ist jetzt nicht jetzt müsste ich hau bist du ja naja ich ein und anwerfen mache ich lieber mal schnell das das geht auch zügig das ist jetzt ein scheiß ha ich habe ja mal abgeknallt hau hu aber wir haben ja kein medipack glaube also sind wir gleich tot na so da laufen wir nochmal hier lang das kann da nicht so schwer sein da ist er das ist doch mist warum knallen die mich denn ab ich hab dann zwar nicht getan wir müssen hier lang ich bin halt ein schlechter shooter spiel obwohl es geht bei manchen schwer bei dem spiel irgendwie überhaupt nicht hm 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 моя mir aber nicht so sicher. Ich bin auch nicht der Inche im Team. Das ist hier schon mal gut, aber ich weiß auch nicht, wo die anderen sind. Hier oben ist einer. Ja. Schießt der innen auf mich, oder bilde ich mir das gerade nur ein? Ich hab dort bissl... Ah, ich tritt selbst bei solchen Spiel manchmal Schiss, das ist schlimm. Ah, hier laufen wir mit ihm zusammen, das ist gut. Die Steuerung habe ich aber hier noch nicht, die ist bissl schwammig, würde ich sagen. Aber naja. So, hoch und jetzt haben wir wieder mal fest. Kann denn das möglich sein? Ich will schon wieder fest, denn das ist ja scheiße. So, jetzt müssen wir mal hier in die Richtung. Wir reden jetzt einfach mal hinterher. Die werden schon irgendwo hier hinten sein, denk ich mir mal. Da ist einer. Hm? Ich hab jetzt natürlich meine Deckung verraten. Scheiße. Oh, Entschuldigung. Äh... Ja. Haha. So, das ist übrigens der Koffer. Äh, wir müssten den bei Rot holen. Aber das schaffen wir meistens ja irgendwie nicht. So... Komm her, eigentlich fast hier oben bleibt man hier bis auf... Oh. Was schnallt denn der auf mich? Ich bin kein Feind. Ist der doof? Der Fusion BR ist bissl doof, aber ist okay. Ist der okay. Wenn man selber nicht mitbekommt, dass man auf die falschen Leute schießt, ist es okay. Ich sag das schon gar nicht. So... So... Wir laden ihn jetzt hier durch. Müssen bis... Weil hier ist glaube ich immer der Anlaufpunkt für die Roten. So... Achso, ähm, heilen kann man sich ja doch. Dazu hat man eines Heilzelte hier immer irgendwo stehen. Die seh ich jetzt aber grad nicht. Ja, das war schlecht. Das war einfach nur schlecht. Ich geb's dazu. Äh... Ja. Ne, ich würd jetzt auch schon sagen... Man sieht, ich kann die Hand auch kaputt machen. Und er zum Nachladen. Das geht schon. Hier ist ne Wand. Da ist ne Wand. Das ist ja blöde. Sichtbare Wände ist scheiße. So, dann nehmen wir mal die Schaufel. Ich kann halt den Boden eigentlich doch gut machen anscheinend. Okay. Äh, in dem Sinne würde ich jetzt einfach mal sagen... Dann... Äh, wir verabschieden uns. Also ich verabschiede mich. Äh, ich denk mal, ich mach früher oder später nochmal so ne Aufnahme. Ähm, bis dahin macht's gut und wir sehen uns morgen in Arjan. Macht's gut, ciao!